Hallo und herzlich willkommen zu den Nikola Genossen Ausgaben der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir beginnen mit dem Film Wurzeln des Glücks und ich muss ja jetzt echt mal sagen, dass mich das Null angesprochen hat und ich da echt ein bisschen skeptisch war, aber es könnte sein, dass ich da ganz schön falsch liege. Glücklicherweise war die liebe Eva für uns hier in der Pressevorführung und hat sich Wurzeln des Glücks gegeben. Das klingt nach einer ziemlich schmalzigen Romanze, vielleicht mit so einem philosophischen Touch, Ob es genauso geworden ist oder eben nicht, erfahrt ihr hier im Solo von der lieben Eva. Im Anschluss gibt es eine Besprechung, die ich mit dem Stu aufgenommen habe, denn Stu und ich haben beide Hot Air gesehen. Ein Film über einen Typen, der im Radio ziemliche Hetze von sich lässt und plötzlich tritt da seine jungen Nichte in sein Leben und das Ganze entwickelt sich dann, sagen wir mal, in eine zumindest in Ansätzen unterhaltsame Richtung. Die ausführliche Kritik zu Hot Air bekommt ihr im Doppel mit Stu, der sich hier, wie gesagt, diesen Film ebenfalls gegeben hat. Wir haben da vorab den Stream bekommen und uns das mal reingeballert. Details müsst ihr schon selber hören. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung des Films Freudenberg, denn hier habe ich mir den Peter geschnappt und wir haben diese Dokumentation eben besprochen. Hättest du nicht gedacht, das ist total die Überraschung. Freudenberg ist so ein Esoterik-Ding, da geht es letztlich um eine Kommune, könnte man sagen, die in einem alten, renovierten Schloss in der Nähe von Wiesbaden haust und dort kann man sich selbst finden, da kann man auch mal Tripsen machen oder sich zumindest erstmal die Doku angucken, die letztlich ein großer Werbefilm für genau diesen Ort geworden ist. Yo, ballert es euch schon mal rein, ne? Ich freue mich auf euer Feedback bei Facebook, Twitter oder Instagram sowie beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses hinterlassen. Ich freue mich darauf, wenn ihr uns mal ja eben Feedback diverser Art hinterlasst. Yo, macht es einfach mal, denn wir quatschen ganz gern mit euch. Wir freuen uns immer, wenn da Leute irgendwie unterwegs sind, die den ganzen Spaß auch hören. Und inzwischen wissen wir, dass uns ungefähr 500 Leute am Tag hören. Das ist eine ganz ordentliche Zahl, wie ich finde. Und da wird doch der ein oder andere auch mal Bock haben, sich bei uns zu melden, mal anzuklopfen und zu sagen, hier ist geil oder hier ist scheiße. Einfach mal machen, das hilft uns irgendwie dann doch schon. Bewertet uns mal auf Apple Podcast, auf Podcasty, auf Fütt, auf Facebook, auf Google, überall kannst du uns bewerten. Machen das mal bitte, denn das hilft dem Tele-Stammtisch doch sehr. Nun, viel Spaß bei diesen drei Besprechungen. Lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, guten Tag, guten Abend, frohe Weihnachten beim Tele-Stammtisch. Ich bin Eva und habe mir für euch den Film Die Wurzeln des Glücks angeschaut. Läuft unter Drama, Komödie, dauert eine Stunde 40 Minuten, kommt am 5. September in die deutschen Kinos und Regie und Drehbuch hat Amandas Diaz geschrieben. Die Hauptdarsteller sind James Kahn, Tom Hollander, Rosanna Arquette, Jonathan Rice Myers, Efra Dorr und Patrick Bruel. Irgendwelche falschen Aussprachen bitte ich im Vorfeld zu entschuldigen. Worum geht es in dem Film? Es ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, weil eben viele Parallelhandlungen vorkommen. In erster Linie geht es, es ist eine Familiengeschichte. Ein Vater, der sich abgeseilt hat aus USA nach Israel und dort eine Schweinezucht aufgemacht hat, was natürlich gerade in Israel nicht besonders gern gesehen ist, weil jüdische sowie muslimische Menschen Schweine jetzt nicht für die heiligsten Tiere halten, um sie eher als dreckig und zu vermeiden gelten. Und die Familie versucht, mit dem Vater Kontakt aufzunehmen. Es geht viel Kommunikation einfach über Briefkontakt, wo er aber auch meistens nicht antwortet oder auch jahrelang nicht geantwortet hat und nur gelegentlich was von sich hören lässt. Und die Ex-Frau, beziehungsweise sie noch nicht richtig getrennt, hockt eben auch noch in den USA. Genau, und dann geht es so um die Schicksale der einzelnen Leute, wie Nichtkommunikation eben mit zu Unglück verhilft. Und ja, also eigentlich auch, wie der Mann sich da zurückzieht in Israel, auf seinem Hof und auch von den Nachbarn als schräger Vogel angesehen wird, dann aber doch irgendwie Freundschaften knüpft und es aber auch nicht leicht hat mit irgendwelchen fanatischen Christen oder so, die ihn dann wirklich bedrohen und wobei jetzt keine Religion besser oder schlechter wegkommt. Es wird sich nur ein bisschen lustig gemacht über diese so Fanatismus halt. Oder also im guten Sinne. Ja, genau, das ist es eigentlich. Also sehr viel mehr kann man fast nicht erzählen, ohne zu spoilern, was ich jetzt hier auch nicht machen will. Er hat sehr schöne Bilder, schöne Musik. Es ist wirklich, würde in der Kategorie Wohlfühlfilm tun, wenn ich jetzt gutartig sein will und nicht so sehr ins Schimpfen kommen will. Es ist durchaus Tränendrüse. Es ist wirklich eine Familientragödie, Komödie. Man muss schon auch schmunzeln zwischendurch. Aber er hat jetzt nicht so einen Strang, wo man sich denkt, okay, das ist klar die Hauptperson oder so. Also schon tendenziell der Vater, aber es springt ein bisschen. Es geht dann auch um die Mutter, wie die sich ein Leben aufbaut, was die für Schicksalsschläge hat. Und da hat sie besonders einen ganz dramatischen. Die Kinder, ob die jetzt selbstständig sind oder nicht, der Sohn ist homosexuell. Und man fragt sich dauernd, ja, das ist der Grund, warum der Vater keinen Kontakt haben will. Also die Vorgeschichte erfährt man leider gar nicht so. Das hätte den Film meines Erachtens interessanter gemacht, dass man da mehr einsteigt, wenn man mehr erfährt, auch über den Kontaktabbruch und warum die Kommunikation so schwierig ist. Der Vater wirkt gar nicht so konservativ. Ja, eigentlich im Gegenteil. Wo man jetzt nicht denken würde, der hat ein Problem mit einem homosexuellen Sohn. Da ist es, ja, es ist ein Arthouse-Film. Es kommt immer mal wieder so eine Theaterszene. Der Sohn ist eben Theaterregisseur. Die werden, und der verarbeitet dann da seine Gedanken und Probleme in den Stücken. Was jetzt aber auch nicht besonders neue Dimensionen erschließt, weil es wirklich einfach genau das ist, was man im Film schon gesehen hat, was dann im Theater nochmal künstlerisch und verträumt dargestellt wird. Aber wenn man es mag, kommt es vielleicht gut an. Womit ich wirklich ein Problem hatte bei dem Film, war diese weichgespülte, ja, Zeitschriftenästhetik. So eine Selbstoptimierungs-Yoga-Zeitschrift. Also es war wirklich zum Teil hart an der Grenze, dass ich mich ein bisschen fremdgeschämt habe. Die Tochter ist irgendwie zu hübsch. Es ist wirklich, es ist wie so ein, wie es bei Germany's Next Topmodel, oder irgendwie, dass man das Gefühl hat, da wären die besten Szenen der letzten zehn Jahre raus. Und Freunde am Strand in irgendwelchen Zeitschriften, wie stellt man sich die Jugend von heute vor, am Idealfall 100 Prozent erreicht. Ja, trommelnd am Strand bei Sonnenuntergang, der Sand ist weiß und die Haare wehen im Wind und die Frisur und die Zähne sitzen und sind weiß und funkelt. Also es ist irgendwie so total Glücksberchi-Land, so ein bisschen. Und dann gibt es plötzlich einen Freund und das ist alles super. Und sie küssen sich im Abendrot und man sieht die sich küssenden Schatten. Es ist, ja, wenn man sich darauf einlässt und vielleicht früher Wendy gelesen hat oder so, und da noch gerne dran zurückdenkt und sich da ein bisschen eintauchen lassen will. Klar, man hat ja seine schwachen Momente, dann kann man den Film genießen und anschauen. Und natürlich war ich trotzdem auch am Schluss ein bisschen den Tränen nah, weil es dann schon so ein, auch wenn es sehr symbolträchtig ist, so eine Wendung hat. Ja, es ist immer so die Frage, die der Film stellt. Ja, was macht einen Menschen glücklich? Es ist dann im Endeffekt die Familie und die Kommunikation und das Zu-sich-Stehen. Und das wird dann aber auch immer wieder gekäut und, ja, so ein bisschen gebetsartig wiederholt. Wenn man auf sowas allergisch reagiert, würde ich eher davon abraten. Ansonsten hat er wirklich schöne Bilder und eine rührende Geschichte. Und man muss sich halt wirklich auf diese, ja, dieses wirklich rosa in allen Schattierungen einstellen. Und, ja, so diese nachzulesenden Yoga-Sprüche oder so. Wenn man sowas mag und sich einfach mal ein bisschen aufbauen lassen will mit netten Floskeln, dann kann man sich den Film anschauen. Sehr viel mehr ist es jetzt nicht. Wenn man jetzt auf Sinnsuche ist und denkt, wow, Wurzeln des Glücks. Ich habe gerade eine Krise, ich gucke mir den an und danach geht es mir vielleicht besser. Ja, kurzzeitig und vielleicht helfen in ganz schlimmen Phasen auch diese Kalendersinnsprüche, die der Film mehr oder weniger verfilmt oder darstellt. Ansonsten, ja, wäre nicht so zu empfehlen, aber zum Abtauchen ganz nett. Das könnt ihr euch aussuchen und da könnt ihr euch selbst am besten. Ich musste ein bisschen Kopf schütteln und ein bisschen grinsen, als ich drin saß. Genau. Ich gebe dem Film von fünf, würde ich jetzt mal zwei kleine Schweinchen verteilen. Weil es mir, wie gesagt, einfach wirklich, dieses Platte, es hatte so einen Zähennachgeschmack. Ist ja schon wieder eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe, aber immer noch habe ich da ein bisschen dran zu knabbern. Genau. Aber der Film tut einem nichts und ist auf jeden Fall schön anzuschauen. Und man kann ihn beim ersten Date oder so, kann man ihn sich durchaus geben. Dann würde ich euch einen schönen Abend, schönen Resttag, was auch immer und auf bald. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Hot Air. Ein Film, den ich nicht alleine gesehen habe, den hat ein Kollege von mir gesehen, der selbst allein schon Grund genug ist, warum die Luft hier total heiß um mich rum ist. Moinst du? Hallo. Guten Tag. Hot Air ist ein Film, der kam bereits im letzten Jahr, glaube ich, irgendwo in den Staaten, auch ins Kino. Und jetzt am 5. September 2019 ist bei uns in Deutschland soweit. Hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 39 und ist angeblich auch ein Drama. Ob er das ist oder nicht, werden wir noch rausbekommen. Sag mal, hast du, bei Hot Air, hattest du dir da vorab den Trailer angeschaut? Nein, tatsächlich gar nicht. Zweimal hat mich die Verwunderung getroffen. Das erste Mal, dass der Film von Frank Correggie ist. Das ist der Regisseur von fünf Adam Sandler Filmen, unter anderem Click und Ridiculous Sex. Und der hat auch diese Kevin-James-Filme gemacht, der Zoo-Werter und das Schwergewicht. Also ein durchaus bekannter, sag ich mal, Komödienregisseur, aber den ich halt mit so einem Film wie Hot Air nicht in Verbindung gebracht habe. Und die zweite Verwunderungsattacke war dann, als ich dann sah, was, der kommt in Deutschland ins Kino. Das hat mich dann auch verwundert. Er kommt ja über den Verleih von Kinostar. Und die sind so ein bisschen dafür bekannt, dass die sich Filme rausfischen, die schon etwas länger anderswo laufen. Unter anderem zuletzt war, glaube ich, Vox Lux von denen. Wir haben hier besprochen, No Mercy, irgendwas mit Mercy. Ja, keine Ahnung, mit zwei jungen Frauen und es geht um die Todesstrafe und so. Den fand ich ganz gut. Vox Lux habe ich nicht gesehen. Und jetzt war eben Hot Air etwas, was so ein bisschen mehr in diese Comedy-Richtung geht. Als ich den Trailer gesehen habe, muss ich gestehen, ich habe den nur so mit einem halben Auge irgendwie geguckt. Und eigentlich habe ich mir eine total bissige Politsatire erwartet, die noch so ein bisschen aufgelockert wird durch aktuelle politische Themen, meinetwegen Rassismus oder so diese Richtung. Das habe ich erwartet. Und ganz ehrlich, also ich habe das nicht bekommen. Siehst du das anders? Ja, also ich kann dir nur die Hand reichen, weil ich habe mir die Synopsis durchgelesen auf der offiziellen Webseite und dachte mir, hey cool, Steve Kugel ist ja ein bekannter britischer Darsteller und Komiker, der kann was. Dann mit der Handlung dachte ich, okay, das kann echt richtig gut werden. Das könnte wirklich der Film werden, den wir aktuell brauchen, wo es halt so Leute, so Dampfplauderer, den ich sehe, gibt, wie dieser Verschwörungskoleriker Alex Jones, der Brexit-Macher Boris Johnson oder halt eben Donald Trump. Also der perfekte Film für unsere Zeit. Aber was ich dann gesehen habe, das war sehr, ja, müde. Also das hatte, also der Film ist mehr R als hot. Ja, das ist leider aber sicher ziemlich richtig. Ich habe den zusammen mit dem Kumpel gesehen. Wir haben uns abends getroffen und einen ganz klassischen Filmabend gemacht, habe ein Bierchen getrunken und es stand noch zur Debatte, dass ich mit dem die Besprechung mache, aber das hat sich dann leider nicht ergeben. Umso dankbarer bin ich, dass wir beiden heute die Gelegenheit haben, das zu machen. Und ganz ehrlich, wir saßen in dem Film oder haben uns den angeschaut und es gab eine Menge Sachen, die wir sehr schwierig fanden. Aber bevor wir jetzt wirklich auf diese ganzen bewertenden Punkte einsteigen, würde ich uns jetzt einfach mal, damit du das nicht ständig tun musst, mal aus der Presse-E-Mail den Inhalt des Films zitieren. Lionel McComb ist der Star der konservativen Radiosendungen. Er lässt sich über brisante Themen aus, wie Gesundheitsversorgung und Einwanderung und hat dadurch Einfluss auf die ohnehin schon aufgeheizten politischen Debatten. Er erreicht ein Millionenpublikum. Doch auch Lionel muss sich mit zwischenmenschlichen Problemen herumschlagen. Er kämpft mit seinem früheren Schützling um die Quoten und streitet öffentlich mit einer mächtigen Senatorin. Eine neue Herausforderung kommt mit seiner 16-jährigen Nichte Tess auf ihn zu. Durch sie wird sein bisheriges Leben auf den Kopf gestellt. Zudem muss er sich die Frage stellen, was Verantwortung bedeutet und sich endlich damit auseinandersetzen, welche Macht seine Worte haben. Das mag sicherlich der Aufhänger des Films sein, aber eigentlich auch nur im Ansatz, oder? Ja, das stimmt. Im Prinzip ist es so ein Durchexerzieren dieses ganz bekannten Themas, dass ein schlechter Mensch durch einen für ihn anfangs noch fremden Menschen wieder so ein bisschen das Gute im Leben findet. Das kennt man ja aus Charles Dickens Eine Weihnachtsgeschichte und aus zig anderen Filmen. Jetzt spontan fällt mir da Daddy ohne Plan mit Rain Johnson ein. Und Hot Air verfolgt eine ähnliche Prämisse, ein ähnliches Ziel. Er versucht dabei auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also ich würde ihn genre-technisch so als Tragikomödie bezeichnen. Ja, also für eine rein rassige Komödie nimmt er sich dann doch zu ernst. Und für ein richtiges Drama ist er dann doch, oder versucht doch zu sehr auf Komik zu sein. Also so eine Art Zwitter. Das Problem ist, dass nichts davon richtig funktioniert. Ja. Bei dem Film, der, glaube ich, wirklich in einem gewissen Rahmen auch gute Absichten hat. Also ich muss jetzt zunächst erstmal sagen, dass ich mir schon gut vorstellen kann, dass der in seiner Originalsprachausgabe, also US-Englisch wird das sein, dass der da recht bissige Monologe und Dialoge hat. Jetzt ist es so, dass in der Version, die ich gesehen habe, also die deutsche Synchronisation, da sicherlich vieles verloren geht und irgendwie auch nicht so ganz ankommt beim, ja, beim Zuschauer. Und deswegen fand ich es ein bisschen schwierig, dann da irgendwie auch so die Ernsthaftigkeit, die der Film vielleicht auch an den Tag legt, die Absichten, meinetwegen die politischen Absichten, die er verfolgt, da auch irgendwie nachzuvollziehen. Das war dann so ein bisschen schwierig. Also Synchrone, nochmal an der Stelle, wer die Gelegenheit hat, ist, glaube ich, hier mit der Originalausgabe ganz gut bedient. Und ich werde jetzt auch an der Stelle nicht anfangen, dem Film vorzuwerfen, dass er an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich einfach nicht genug Budget hatte. Das ist ein Film, der vermutlich, ich weiß jetzt hier gar keine genauen Zahlen, nicht so wahnsinnig viel Budget hatte. Es spielt viel drin. Wir haben keine großartigen Effekte oder großen Szenen. Es sind viele Nahaufnahmen, Dialoge. Letztlich also alles relativ günstig. Ich versuche hier gerade mal so ein bisschen hin und her zu scrollen, aber kann auf die Schnelle nichts zum Budget finden. Es gibt hier eine Menge Sachen, über die man sich jetzt sinnlos aufregen könnte. Keine Ahnung. Er ist zum Beispiel Radiomoderator. Und naja, wir beide sind Podcaster und wir wissen, dass so ein Popschutz vor einem Mikrofon echt eine voll gute Sache ist, hat er natürlich nicht. Braucht er nicht, hat sich kein Mensch Gedanken gemacht. Denn mit so einem schicken Popschutz vor dem Gesicht wirst du den Schauspieler nicht sehen. Ja, und so ist es irgendwie so ein bisschen so, dass der Film sich halt auf seine Dialoge verlassen muss. Und das ist schon irgendwie, finde ich, schwierig, wenn letztlich das Ganze auch noch synchronisiert, also übersetzt da ins Haus kommt. Kannst du das bestätigen? Wie war so deine Auffassung von der Synchro? Ich fand die Synchro eher zweckmäßig, ganz ehrlich. Also ich weiß jetzt gerade nicht, ob der Steve Coogan eine feste deutsche Synchronstimme hat. Ich fand die, die er jetzt in dem Film hatte, irgendwie unpassend. Also ich kann das gar nicht recht beschreiben, aber ich finde, es gibt einfach Synchronstimmen, die passen einfach. Da hast du, zumindest geht es mir so, habe ich nie das Gefühl, dass das jetzt gerade nicht die echte Stimme ist. Und bei Hot Air fand ich, weißt du, ich hatte halt immer das Gefühl, okay, da spricht jemand drüber. Also ich würde sagen, dass der für Deutsch Verleih da wahrscheinlich nicht so viel Geld in die Hand genommen hat für die Synchro, was ich auch verstehen kann. Denn seien wir ehrlich, ich glaube, dieser Film wird nicht lange im Kino bleiben. Wir haben ja diesen Steve Coogan da in seiner Rolle. Und der ist ja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber der ist ja nun jetzt hier so erst einmal der Buhmann, der Böse, der sich Sachen traut und gegen Minderheiten und alles rebelliert, was jetzt nicht klassisch konservativ ist. Aber es könnte sein, da spekuliert man jetzt nicht zu viel und das ist ein bisschen das, was dann aus dem Trailer auch hervorgeht, dass er noch ein bisschen vielschichtiger ist. Und ich sage mal so, wir erfahren auch ein bisschen was über seine Vergangenheit, aber da muss ich sagen, die Figur hätte noch deutlich mehr Tiefe vertragen können. Davon wird mir vieles zu sehr nur angeschnitten. Und insgesamt ist das eine Figur, die halt einfach ja unter den Möglichkeiten bleibt, die ich denen zugetraut hätte. Und sehe da so ein bisschen auch eine Schwäche des Drehbuchs. Definitiv. Also der Drehbuchautor heißt Will Reichel. Das ist sein erstes Drehbuch. Zuvor war er Assistent von David Coeb oder Coeb. Keine Ahnung, wie er sich ausspricht. Der hat halt unter anderem die Drehbücher zu Mission Impossible und Jurassic Park geschrieben. Und für sein erstes Drehbuch, ja, da hat er sich jetzt nicht mit Lorbeeren besudelt, um ehrlich zu sein. Weil das Ganze ist plump. Das Ganze ist ultra vorhersehbar. Also du hast ja gerade eben so versucht, so um Spoiler herumzuschiffen. Aber ganz ehrlich, seine Nichte kommt das erste Mal bei ihm zu Hause an und du weißt, worauf es hinausläuft. Und da gibt es auch keinerlei Überraschungen. Und wenn es halt nicht diese Szenen gäbe, wo Steve Coogan als dieser Lionel Macomb, glaube ich, heißt er, halt seine Radioshow macht, wo halt dieser Coogan wirklich brillieren kann, wo ich auch das Gefühl hatte, dass sich der Darsteller durchaus mit diesen Dampfplauderern und Populisten auseinandergesetzt hat, dann wäre Hot Air wirklich richtig katastrophal. Weil das sind die einzigen Highlights des Films. Ich teile seine Ansichten nicht. Gott bewahre. Ja, ich finde seine Ansichten auch sehr gefährlich. Aber wie er es darstellt, hat zumindest so eine gewisse Kraft, einen gewissen Pepp. Und alles andere in dem Film hat das eben nicht. Das Thema Vorhersehbarkeit ist eins, das kann ich so nur unterstreichen. Ich saß eben mit meinem Kumpel dort und wir haben dann doch relativ zeitnah die einzelnen Schritte des Films vorhersehen können. Die sind auch fast alle genauso eingetreten. Ganz spannend übrigens auch, dass er aufgrund der Optik, hat er mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob man sagen kann Soap-Optik, aber ich fühlte mich schon so ein bisschen an die Lindenstraße erinnert. Was kann ich auch, wie man das sagt. Also es ist halt so eine komische Soap-Optik. Die reich und schön. Ich glaube genau, reich und schön hat auf jeden Fall eine ähnliche, ich würde sagen, Farbgebung. Ich kann das nur schwer in Worte fassen. Aber eins muss ich dem Film nämlich zugutehalten, ganz am Ende. Das eigentliche Ende, das ist dann doch anders ausgefallen, als das, was ich mir dachte. Also ein bisschen Überraschung war dann schon noch da. Ja, aber weißt du, wenn du halt erst durch eine Flut von Mist warten musst, um dann ein Stück Schokolade zu bekommen, ist das die Frage, ob sich das dann gut lohnt hat. Ja, also wie gesagt, ich kann da jetzt nicht so viel Gutes dran sehen. Also das Ende, ja, das gebe ich dem Film gerne, aber insgesamt, der Rest war halt einfach, wie gesagt, bis auf diese Szene, wo er halt seine Radioshow macht, da fehlte einfach das Feuer. Und ich fand es total schade, weil es wäre halt eine Chance gewesen, mit einem Film diesen Populisten mal wirklich so ein bisschen, ja, Luft aus den Segeln zu nehmen. Sie wirklich mal mit der, mit der Kraft und dem Werkzeug einer Komödie, sie mal wirklich anzugreifen und auch mal zu entlarven. Und der Film entlarvt ihn zwar in der Hinsicht, dass er halt sagt, ja, guck mal, er macht es deswegen, weil er hatte halt eine schlimme Kindheit. Aber eigentlich ist es voll der dufte Kerl. Aber das reicht mir einfach nicht. Das ist mir zu billig. Ja, definitiv. Das muss ein bisschen mehr sein, damit der Film eben nicht als billig einfach durchgeht. Ich habe natürlich noch Bock, über die Tess zu sprechen. Die wird ja gespielt von Taylor Russell. Hat natürlich eine große Rolle. Und die ist, das muss man ihr mal zugutehalten. Also die Figur hat mich jetzt nicht so genervt. Ja, okay, klar, die ist ein bisschen naiv. Ja, okay. Die lässt sich dann auch mal, sag ich mal, hinters Licht führen und ein Stück weit eben auch benutzen. Und zwar von verschiedenen Figuren auf verschiedenen Art und Weisen. Aber eigentlich fand ich die grundsätzlich ganz, ganz gut und sympathisch. Und auch so deren Verlauf, den sie quasi hat, wie sie sich so ein bisschen so durchmogelt und wie dann am Ende des Films auch ihre eigentliche Stellung dann so aussieht. Und das fand ich dann schon soweit ganz gut. Wo haben wir die denn zum Beispiel noch gesehen? Die ist wohl in Escape Room dabei gewesen? Ja, wo man auch sehen kann, dass Hot Air schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, weil in Escape Room ist die wesentlich älter. Dann hat sie noch mitgespielt in diesem Film. Der hatte in Deutschland so einen ultralangen Titel. Ich glaube, wie hieß der nochmal? Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an ihr vorbei, sagen sie, glaube ich. Das sind jetzt so zwei Filme, wo sie mir noch in Erinnerung ist. Sie hat noch mehr auf dem Kerbholz, aber das sind jetzt die zwei Filme, die ich jetzt aktuell weiß, ohne jetzt die IMDb aufrufen zu müssen. Ich habe es ja vor mir. Da ist unter anderem noch diese Serie dabei, Lost in Space, Verschollen zwischen fremden Welten. Das gab es wohl auf Netflix. Da habe ich sogar die ersten zwei, drei Folgen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß ihre Rolle da gewesen ist. An sie kann ich mich jetzt eigentlich nicht erinnern. Dann haben wir noch die, den dritten Namen sollten wir auch noch erwähnen, diese Freundin vom Untersteller. Eve Campbell. Da kann ich mal kurz erzählen, eine kleine Anekdote. Ich war damals zur Zeit von Scream, wo sie ja bekannt wurde, ziemlich verschossen, die gute Frau. Und genau wie ich ist sie alt geworden. Und sie spielt halt, das hat sie schon gesagt, seine Freundin, aber auch seine PR-Beraterin. Und das ist vielleicht auch noch so eine kleine Überraschung des Films, weil man kennt das ja, zum Beispiel bei Dedi und Plan, das ist so, dass die PR-Beraterin der Tochter, oder jetzt in dem Fall der Nichte, halt sehr feindlich gesinnt ist. Ja, und das tut sie nicht in dem Film. Also in dem Film ist die PR-Beraterin wirklich ein sehr netter Mensch, der auch sehr überlegt agiert und auch sehr herzlich ist. Das war durchaus überraschend, reicht jetzt aber auch nicht aus, um den Film wirklich, ja, positive Erinnerungen zu behalten. Ja, wieder so ein Punkt, der ich bei anderen Besprechungen jetzt auch schon eine Rolle gespielt habe, die Frage der Motivation. Also sie ist offensichtlich mit dem Hauptdarsteller in irgendeiner Form liiert. Nur warum? Das kann ich dir nicht sagen. Warum eigentlich? Also was ist außer deren vielleicht beruflichen Interessen, die sie teilen, großartig, was haben die gemeinsam? Kann ich dir nicht sagen. Also es wirkt halt teilweise wirklich so, als wäre Sophie Scholl mit Adolf Hitler zusammen gewesen. Es passt einfach nicht. Und genau wie man auch in der ersten Szene schon sieht, ist zum Beispiel das Thema Treue. Jetzt ist ja auch keins, das in deren Beziehung irgendeine Rolle spielt. Nein, das ist wahr. Sehr gut. Das war jetzt, glaube ich, ein guter Rundumschlag. Ja, ich kaufe dem Film auch einfach das Ganze nicht ab. Ich kaufe die Figur, dieses Lionel Malker nicht ab. Ich kaufe dem Film seine Umgebung nicht ab. Ich kaufe ihm seine Vergangenheit nicht ab. Ich kaufe dem Film nichts davon ab, was er mir erzählt. Und das ist halt sehr schädlich für so einen Film. Ein Film mit guten Absichten, dem ich ganz am Ende unserer Besprechung jetzt hier gut gemeinte, wirklich gut gemeinte, weil ich nämlich auch wirklich ein Stück weit anstrengend fand irgendwann, zwei von fünf Punkten geben würde. Ich kann mir vorstellen, dass er besser ist, wenn man ihn sich in Englisch anschaut, weil dann vielleicht Monologe und eben vielleicht doch irgendwo versteckte Seitenhiebe und Spitzen auf, naja, zumindest 2018, tagesaktuelle politische, US-politische Themen, dass man die dann da besser raushören kann. Jetzt hier so als Deutscher ein Jahr später und dann irgendwie mit einer vielleicht durchwachsenen Synchro, mit einem insgesamt eher, nun ja, günstigen bis fast schon billigen Gesamteindruck, den er bei mir hinterlässt, ist das jetzt kein Film, den ich bedenkenlos empfehlen könnte. Und ja, wie gesagt, also wer da richtig Bock drauf hat, auf so ein bisschen Comedy, wer Bock auf die Schauspieler hat, der schaut mal rein. Ansonsten lasst es besser bleiben. Wie ist denn dein Fazit? Ich mache es einfach und mache hier Kopi und Paste, nur bei den Punkten bin ich ein bisschen drastischer und gebe wirklich nur einen Punkt, weil es mich unglaublich gestört hat und auch teilweise sauer gemacht hat, wie viel Potenzial hier wirklich in die Tonne getreten wurde. Da wäre einfach mehr drin gewesen. Und für mich gibt es einfach nur einen Grund für diesen Punkt, das ist Steve Kugen. Der spielt halt schon wirklich gut, das kann man dem Film nicht nehmen, aber ansonsten, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist halt mehr eher als hot. Viel heiße Luft, vielleicht auch um nichts. Ich habe mich eigentlich auf den Film gefreut, aber naja, wenn man so Erwartungshaltungen hat, dann kann das eigentlich nur schief gehen. Zumindest oft. Jau, jau, jau. Stu, wieder mal war es ein bisschen geil. Vielen Dank. Ich fand mich auch ziemlich duft. Jetzt will ich aber hier wenigstens mal die Gelegenheit nutzen, dass du noch mal ganz individuell uns noch ein bisschen was erzählen kannst, vielleicht auch zu aktuellen Sachen, die wir bei Movie Break sehen und hören können. Vielleicht auch insbesondere beim Podcast, da habe ich zuletzt was ganz extrem Geiles zu den Streaming-Anbietern gehört. Ja, danke für die Chance der Eigenwerbung. Ja, ich bin auch, ich bin Movie Breaker, schreibe da Kritiken, Specials, Top-Listen und News und mache auch mit Kollegen Podcasts und wir haben unter anderem zuletzt einen Podcast gemacht, wo auch die liebe Dominik, man kennt ihn auch am Tele-Stammtisch, schon die König mitmacht, über das Thema die Zukunft der Streaming-Dienste gemacht, denn viele wissen ja, Disney Plus geht bald an den Start, dann kommt noch HBO Max, dann gibt es noch Apple TV Plus und 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 da hat sich einfach der Thomas, das ist der Chef-Movie-Bag, Dominik und ich zusammengesetzt und in knapp zwei Stunden das versucht irgendwie so ein bisschen aufzudröseln, was uns da in Zukunft erwartet und letztlich stellen wir uns die Frage, ob das goldene Zeitalter der Streaming-Dienste jetzt erst beginnt oder ob es vielleicht schon vorbei ist. Und es hat mir wirklich gut gefallen, das muss ich nochmal so betonen, weil ich sage ganz ehrlich, über Streaming-Anbieter und Zukunft und Streaming-Wars, da haben ich schon so gefühlt, tausend andere Leute auch drüber unterhalten, Videos zugemacht und Audio-Podcasts, aber ihr gebt dem Ganzen den eigenen Spin, habt auch mal Themen am Start und vor allem auch mal Produkte, sage ich mal, also Streaming-Produkte genannt und Theorien zusammen konstruiert, die ich in der Form noch nicht gehört hatte und das fand ich persönlich, mit der nicht voll drin steckt, echt ganz gut, muss ich mal sagen, so dermaßen gut, dass ich es wirklich nochmal betonen möchte. Das ist wirklich sehr nett und ich nehme diese Belobigung gerne an und möchte mich in dieser Form auch nochmal beim Streaming-Dienst Sky entschuldigen, der bei unserem Podcast nicht ganz so gut wegkam. Tut mir leid, Sky. Passiert, liebe Grüße an Thilo und jetzt an der Stelle ja und es du war mir, wie gesagt, eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao. Hallo? Und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Freudenberg. Die habe ich mir nicht alleine angeguckt, nein, wir haben hier noch einen Kollegen mit am Start, der so nett war, sich für uns diesen Film ebenfalls anzuschauen und ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Moin Peter. Hi. Guten Tag. Guten Tag, ich bin wieder mal zurück und freue mich jetzt auf die Besprechung zu Freudenberg. Mega. Gerne schieben wir hier nochmal den Punkt mit der Eigenwerbung ein. Wie sieht es aus? Was gibt es Neues beim Movie Club Germany? Ja, ich habe leider gerade ein Problem mit meinem Webseitenbetreiber, sprich, ich habe ja eine Seite über Jimno und da gibt es gerade öfters mal wieder Schwierigkeiten. Sie haben das jetzt so bestätigt mit, anscheinend gibt es Probleme über AdSense und jetzt macht das mit der Bearbeitung gerade ein bisschen schwieriger. Also die Seite kann man aktuell, sage ich mal, nicht auf dem Laufenden halten, weil die Bearbeitung nicht funktioniert gerade irgendwie. und ja, deswegen kommen leider gerade keine Updates, also die nächsten Tage wahrscheinlich. Oh, also eine Zwangspause. Eine Zwangspause gerade, ja. Okay, aber du hältst uns wenigstens auf dem Laufenden hier über den Cast, der jetzt ja auch ganz zeitnah erscheinen wird. Wir haben aktuell circa eine Woche vor Kino Release und dann seid ihr schon mal so ungefähr auf dem Laufenden, denn die Dokumentation Freudenberg wird jetzt am 5. September in die deutschen Kinos kommen und wenn ich das hier richtig aufhabe, dann bringt der Film eine Gesamtlaufzeit von 75 Minuten mit. Ich wäre sehr überrascht, wenn er in irgendeiner Form eine Beschränkung im Alter hat, also wird er vermutlich ohne Altersfreigabe in die Kinos kommen und ich bin mir nicht so ganz im Klaren, ob wir es hinkriegen, hier einen Inhalt zusammenzufassen. Willst du vielleicht trotzdem mal einen Versuch wagen? Ja, also man kann es jetzt mal so beschreiben, also es geht um die sogenannte Schlossruine in Wiesbaden, die nennt sich auch, wie der Film so heißt, Freudenberg und die Dokumentation, die beschreibt zum einen, wie es dazu kam, dass diese Schlossruine zum einen ummodelliert wurde, sagen wir es mal so, zu einer Art Kunstmuseum, kann man sagen, aber auch für Besucher so eine Attraktivität darstellen soll. Also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, es ist, sag ich mal, skurrile Kunst, die da ausgestellt wird und die da auch im Bereich Hören, Fühlen, Sehen und Denken ansprechen soll. Also wie ihr schon hört, es ist relativ schwer zu beschreiben und der Inhalt ist ja auch relativ kurz und knapp und es handelt sich hier um eine Doku, also mehr ein Bericht in diesem Fall und ja, ich denke, jetzt können wir mal ins Detail reingehen, weil das ist so grob zusammengefasster Inhalt. Genau sieht es aus, also letztlich ist das irgendwie, man kann es sagen, eine Begegnungsstätte, das ist vielleicht auch noch so ein Begriff, den man hier in den Raum werfen kann und wir erfahren so ein bisschen, wie es quasi zur Gründung dieser Stätte kam, das Ganze spielt eben in diesem Schloss oder da ist die angesiedelt, wer das gemacht hat, warum die das gemacht haben und es hat auf jeden Fall einen esoterischen Touch, ja, also es geht definitiv darum, irgendwie mehr zu finden als sich selbst und die Menschen, die da vor Ort sind, die da mitarbeiten, die Teil dieser Gemeinschaft irgendwie sind, scheinen auch alle, sagen wir mal, sehr individuell zu sein, die haben auch auf die Frage, was sie da eigentlich genau wollen, laut Aussage eines der Mitarbeiter darauf auch unterschiedliche Antworten, das heißt also, da gibt es Leute, die sind da reingerutscht zum Beispiel, weil sie da über eine, ja, eine Veranstaltung oder von Aktionen von der Agentur für Arbeit quasi reingerutscht sind, dann sind da definitiv Künstler dabei, die quasi von außerhalb dazugekommen sind, verschiedene, also wir haben Sänger, Schauspieler, dann haben wir Gärtner dabei und die irgendwie leben da so zusammen und es, ich meine, es macht jetzt nicht so den Eindruck, als wären die wie so eine 68er-Kommune alle auf Drogen oder würden die ganze Zeit vögeln, ich glaube, denen geht es schon darum, dass sie da irgendwie was verändern wollen und sei es nur in ihrer eigenen kleinen Welt und leben da so ein bisschen für sich und das vielleicht noch spannender an der Sache ist, dass man da quasi als Außenstehender hingehen kann, ja, also du kannst da als Familie, als Klasse, als keine Ahnung, Teambuilding-Aktionen meinetwegen irgendwie dahin und dann da irgendwas erleben und da gibt, da kann man echt eine ganze Menge Sachen erleben, vielleicht kannst du auch mal ein paar Sachen mal aufzählen. Ja, genau, also es gab zum Beispiel diesen einen Raum, wo man nur durch die Akustik quasi beeinflusst wird, also da gibt es jemanden, der macht, ich weiß jetzt das Teil nicht, was er jetzt da verwendet hat, also er hat das aneinander gerieben und hat dann gesagt, der Ton zum Beispiel, der fügt euch diesen, eventuell so einen kleinen Schmerz zu, also gefühlstechnisch oder ruft das und das Gefühl vor, also es ist eigentlich schon relativ interessant, wie da hantiert wird letztendlich, aber so auf Weidestrecken hat es mich dann doch nicht so ganz gereizt, also es ist ja auch so, dass dieses, ich sage es jetzt mal Museum, das hat mittlerweile anscheinend zwei Millionen Besucher gehabt, ich habe es nachgelesen und anscheinend können auch diese Leute, wo da wohnen, also da wohnen die Leute ja natürlich, es sind sogar Künstler, wie du schon gesagt hast, von weit weg, sogar von der Ukraine her gekommen, nur um da in zum Beispiel diesem kleinen Theater, was die da auch noch haben, mitzuwirken und die haben gesagt, die sind total zufrieden und die würden auch nichts anderes mehr machen wollen, also kommt da schon so ein gewisses Feeling auf, also so familiäres Feeling sogar und es soll ja auch für die Zuschauer oder für die Besucher so eine Art Selbstfindung sein, ich muss sagen, ich habe es jetzt zum Beispiel auch noch nicht so in der Form ausprobiert, ich würde es mir vielleicht mal anschauen, also dort, wenn man mal in Wiesbaden ist, weil das ist ja in Wiesbaden, aber so im Film selbst hat es mich jetzt nicht so ganz angesprochen, ich weiß nicht, wie geht es dir dabei? Du meinst der Ort selber, also das wäre, ja genau. Ne, du, also das wäre glaube ich was, das würde ich mal vielleicht eine Woche so im Sinne von einer Selbstfindung oder so dann doch mal wahrnehmen wollen, weil es ja hier mit Wiesbaden auch bei mir um die Ecke ist, ich wohne in der Nähe von Frankfurt, da ist Wiesbaden ungefähr eine Dreiviertelstunde weg, da kann man schon mal hinfahren, da muss man aber halt auch mega Bock drauf haben, also ich glaube letztlich ist es vor allem für eine Klassenfahrt ein gutes Ding oder meinetwegen auch so Teambuilding-Geschichten halt, dafür ist es schon ganz cool, aber für jetzt einen Ausflug hier mit meiner Familie da würde ich das irgendwie mir glaube ich sparen, weil ich weiß nicht so genau, wo fängt man denn da an? Man muss das Ganze hier glaube ich auf verschiedenen Ebenen bewerten und sich ein bisschen auch fragen, was ist so der Mehrwert von dieser Dokumentation, denn das ist letztlich das Einzige, was ich so in der Dokumentation immer so, was ich frage, also warum das Ganze und mein Eindruck nach dem Sichten der Dokumentation war es schon, dass das hier irgendwie letztlich ein schöner, aber vor allem großer Werbefilm ist, in dem Außenstehende erfahren können, was da jetzt Freudenberg eigentlich ist und was man da tun kann und dass man, ich glaube, dass die vor allem zentrale Botschaft da anscheinend auch Ausflüge hin machen kann. Genau, wie gesagt, also wie du schon richtig gesagt hast, wolltest eigentlich auch vorhin noch sagen, bei einer Dokumentation kommt es für mich auch auf den Mehrwert an, was kann ich zum Beispiel daraus ziehen, was kann ich lernen, was ist für mich vielleicht interessant und da muss ich halt sagen, da ist jetzt deren, deren ihre Sichtweise, was jetzt Kunst betrifft, weil die sehen ja auch teilweise das als Kunst, was die da darstellen, etwas zu skurril. Ich mag zwar auch so skurrile Sachen, aber das war mir dann schon ein bisschen zu over the top an manchen Stellen und wie auch schon richtig gesagt hast, also ein Tagesausflug vielleicht mal, wer Interesse hat oder so, aber das war es dann auch schon. Vielmehr hat es mich jetzt auch nicht angesprochen, also mir fehlt da auch so ein bisschen der Mehrwert und es ist, wie du schon sagtest, halt ein übergroßer Werbefilm, der für mich jetzt nicht unbedingt auf die Leinwand musste, sage ich jetzt mal so. Es könnte natürlich einfach auch gut sein und da rede ich jetzt erstmal nur für mich, weil ich dich da jetzt nicht irgendwie, also nicht für dich sprechen möchte, aber vielleicht habe ich einfach nicht den intellektuellen und meinetwegen auch spirituellen Zugang zu dieser Thematik, das muss ich vielleicht auch sagen, vielleicht habe ich auch nicht den Zugang zur Kunst so in diesem Fall, wie ich den vielleicht an anderer Stelle habe, denn man muss ja schon mal sagen, dass die beiden Leiter, das ist Familie Schenk, da gibt es den Matthias Schenk, der ist eben Leiter dieses Schlosses und seine Frau Beatrice Schenk, die beiden haben das glaube ich auch gegründet und die sind diejenigen, die so ein bisschen dieses Konzept dahinter auch irgendwie versuchen im Film zu vermitteln. Das gelingt vor allem dann ganz gut, wenn sie so ein bisschen ins Detail gehen und erzählen, was genau sind denn jetzt zum Beispiel die Grenzen von Kunst und die Grenzen von Wahrnehmung und so. Das finde ich schon gut, das hat sicherlich nette Ansätze, aber das sind Sachen, die habe ich an anderer Stelle auch schon gehört und vor allem intensiver gehört. Was mir dann nicht so gut gefällt, ist, wenn man letztlich da, wie wir jetzt mehrfach schon gesagt haben, doch wieder eine Werbeveranstaltung draus macht, und man hat sich so ein bisschen in Marketingfloskeln verirrt, die man irgendwie auch ganz gut in einem Selbstfindungskatalog irgendwie finden könnte. Dann wiederum gibt es da aber auch noch andere Leute, also insbesondere eben diese ganzen, sage ich mal, Mitglieder von dieser Kommune oder Community, ist vielleicht auch der richtige Begriff, die da irgendwie offensichtlich so eine Art Botschaft haben. Da kann ich mich erinnern zum Beispiel an eine Sängerin, ich glaube, die wirkt, das war eine junge Frau, genau, ja. Die hatte da irgendwie, glaube ich, so, war das ein, war das ein Selbstfindungstrip? Die wurde eingeladen irgendwie, genau, die sollte da singen. Das war, glaube ich, deren Aufgabe. Genau, also wie du schon sagtest, Selbstfindungstrip, das trifft es wohl am besten. Wen ich da noch gut in Erinnerung habe, war, glaube ich, auch der Gärtner, wenn mich nicht alles täuscht. Der Bienenmann. Ah, der Bienenmann, genau, ach ja, genau, mit seinem Outfit, der ist natürlich, er hat mal herausgestochen und er hat ja auch, finde ich, so eigentlich das Beste mitgeteilt, nämlich, dass er so den besten Draht zum Beispiel zur Natur hat und dass er auch sieht, dass so die Entwicklung von Menschen aktuell sehr weit fern ist davon, also, dass man die Natur nicht mehr so wertschätzt. Und das war für mich so einer der wichtigsten Botschaften, die man da jetzt vielleicht rausziehen kann, dass es da Leute gibt, die auch aufgrund dadurch, dass sie eben da leben, dass die ja vielleicht ein bisschen mehr wieder Richtung Naturbelassenheit schwenken. Und das fand ich zum Beispiel relativ interessant, also von dem Typen im Bienenkostüm, das kann man so sagen. Ja, das war irgendwie so Performance-Kunst mit Kids, da hat er eine lustige Brille getragen und sich als Intexologe da irgendwie auch wie so eine Biene verkleidet, nur damit ihr mal wisst, wovon wir eigentlich reden. Und hier könnte man echt noch jede Menge weiterer Menschen naja, letztlich durchgehen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so zielführend ist, weil letztlich lernen wir in dieser Dokumentation halt eben die Mitarbeiter oder Mitglieder von Freudenberg, von diesem Schloss kennen. Und alle erzählen so ein bisschen, warum sie da sind, was sie da eigentlich machen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist eine Mischung aus Esoterik, Kunst, Selbstfindung, vielleicht auch Philosophie und auch eine gesunde Portion Handwerk. Ja, so kann man es sagen, auf jeden Fall. Prima. Gibt es da noch weitere Punkte, die du dir hier ansprechen möchtest oder sind wir soweit durch? Also ich würde vielleicht so im Negativen sagen, dass da einfach viel zu viel Fokus auch so ein bisschen auf die Interviews gelegt worden ist. Und das hat mich jetzt nicht so angetan, dass man vielleicht mehr Fokus jetzt auf die Tätigkeiten dort liegt. Also es ist zwar ein gewisser Ausgleich da, aber mich hätte es noch viel mehr interessiert, wenn man halt zum Beispiel die Kamera mehr Richtung das schwenkt, was halt eine Aktivität dort ist. Das wäre vielleicht noch ein bisschen interessanter gewesen, vielleicht so ein kleiner Knackpunkt. Aber wie gesagt, in so einer Doku, die jetzt 70 Minuten geht, kann man ja nicht alles so weit ausdehnen, ist ja klar. Aber wie gesagt, das, was man von den Interviews hat rausnehmen können, war halt jetzt nicht der Mehrwert, den ich mir jetzt von der Dokumentation gewünscht hätte. Ja, ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich wäre es wirklich ganz interessant gewesen, einfach mal so ein paar, sage ich mal, handwerkliche Sachen zu zeigen. Die beginnen ja unter anderem auch, also ich weiß nicht, ob die damit beginnen, aber es ist ein großer Teil der Doku zu erzählen, wie es eben zu den Renovierungsarbeiten vom Schloss gekommen ist, wie man da letztendlich erstmal tonnenweise Schutt rausgeholt hat und dann mit kleinen, wenigen Mitteln das Ganze wieder bewohnbar und erlebbar, würden die wahrscheinlich sagen, gemacht hat. Und dass natürlich so ein Gebäude nie perfekt zu Ende renoviert ist, dass das natürlich irgendwie immer am Ball, dass man am Ball bleiben muss, immer wieder so ein bisschen was machen, damit es nicht kaputt geht. Und das Kaputtgehen selbst auch nicht unbedingt was Schlimmes sein muss. Und das sind alles Punkte, die werden angesprochen. Das hätte mich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr interessiert als jetzt. Aber das ist auch so ein Punkt, den ich denen zugute halten muss, weil die haben ja letztendlich diese Ruine genommen, haben die aufgepeppt, anstelle jetzt irgendwie ein komplett neues Gebäude hinzurichten. Also ich bin ja auch immer der Meinung, man sollte nicht ewig viele neue Häuser errichten, zum Beispiel in kleinen Siedlungen. Es gibt da jede Menge Häuser, wo vielleicht irgendwann mal vererbt werden oder sonst irgendwas. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man nicht mehr so ins Materielle geht. Und das habe ich denen auch wirklich zugute gehalten in dem Fall. Mhm, sehe ich auch so. Ja, ich würde sagen, da könnten wir auch eigentlich zu unserem Fazit kommen, oder? Genau, ja. Ich würde mich da ganz dreist mal vordrängeln. Bei mir war das mit dem Film ein bisschen schwierig, weil ich einfach vielleicht, ja gut, ich bin natürlich nicht die Zielgruppe, aber ich war vielleicht einfach für den Moment nicht die Zielgruppe. Denn dem Grunde nach, denke ich, ist diese ganze Ort und die Leute dort, das ist schon irgendwie interessant. Und ich könnte mir da auch echt vorstellen, da mal eine Woche zu verbringen. Einfach mal, um halt einfach auch mal runterzukommen, abzuschalten, das Ganze wie so einen Erholungsurlaub zu sehen. Auf inhaltlicher Ebene kann ich und will ich da eigentlich nichts Negatives zu sagen. Das war nur, glaube ich, das falsche Setting, den Film an einem Filmabend mit einem Kumpel zu gucken, wo wir zwei, drei Bierchen da stehen hatten. Das war vielleicht der Fehler an der Geschichte, aber per se ist das inhaltlich schon völlig okay und deswegen wird es bei meiner Bewertung eher so um das Handwerkliche gehen und es sind viele tolle Sachen drin, es sind viele interessante Charaktere drin, der Fokus auf die Interviews, meinetwegen sollen sie machen, aber letztlich wirkte der Film für mich wie eine große Werbeveranstaltung für eben Freudenberg, für diesen Ort des Aufeinandertreffens und das ist irgendwie negativ hängen geblieben. Ob da nicht die inhaltliche Botschaft, das Ziel der Leute vielleicht mehr hätte in den Fokus gerückt werden müssen, wahrscheinlich hätte es das, dann hätte der Film für mich einen größeren Mehrwert gehabt, den kann ich so nicht erkennen, deswegen gebe ich so unterm Strich insgesamt zwei von fünf Punkten. Wie gesagt, man hätte mehr machen können, wenn noch mehr, wenn ein erkennbares Ziel drin gewesen wäre und nicht zum Beispiel zehn verschiedene Ziele von zehn verschiedenen Leuten. Ja und per se ist der Ort interessant, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich irgendwann mal Chef von irgendwas bin, suche ich mein Team dort zusammen. Du bist doch schon Chef von uns. Genau, wir machen dann jetzt große Tele-Stamm-Zustreffen. Genau, Teambuilding-Maßnahme im Freudenberg. Genau, also ich würde dazu sagen, also du hast eigentlich schon relativ viele Punkte von mir jetzt aufgegriffen, weil wie gesagt, eine Dokumentation ist jetzt für mich, muss sie einen Mehrwert haben, also für mich persönlich gesehen und den konnte ich halt hier zum Beispiel überhaupt nicht für mich erkennen, weil wie gesagt, also skurrile Kunst und die Attraktivitäten dort, okay, kann man machen, aber es ist jetzt nicht so mein Gebiet für einen Besuch, wenn man mal in Wiesbaden ist, mal so ein kleiner Schlenker, aber ansonsten jetzt auch nicht so weltbewegend ist und was halt wirklich negativ hängen bleibt, dass es wirklich so rüberkommt, als wäre es halt ein riesengroßer Werbefilm für dieses Schloss und ja, also das bleibt auf jeden Fall sehr negativ hängen und das andere, was ich vorhin schon gesagt habe, also ich finde es sehr nice, dass die wirklich diese Ruine wieder aufgepeppt haben und dass die die verwendet haben und anstelle da jetzt irgendwie was komplett Modernisiertes in die Stadt zu stellen, das finde ich hat einen guten Punkt und relativ interessante Ansätze, aber an sich, wie gesagt, der Mehrwert, der fehlt für mich komplett und ja, normalerweise gebe ich keine Punkte für Dokus, weil das immer so ein Zwischending ist, aber ich würde ja auch so sagen, zwischen zwei und vielleicht noch 1,5 Punkte, wenn man mal da ein bisschen abziehen kann, aber ja, wie gesagt, also nichts wirklich Souveränes. Keines der wirklichen Doku-Highlights dieses Jahr. Nein, definitiv nicht, nee. Jo, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und hoffe, dass wir das schon zeitnah in irgendeiner Form wiederholen können. Genau, hoffentlich vielleicht mit einem bisschen besseren Film. Toi, toi, toi. Perfekt. Danke dir. Okay, doch, lass krachen. Ciao. Jo, bis dann. Ciao.